Wir haben noch mal rausgegangen und behaupten, hier haben wir einen Atemfreitschein auf Klonen ein. Sollte So, Bis zum nächsten Mal. So, Der Bernd kann natürlich schneller fahren, der hat P-Siro drauf, ich hab Conti, die sind jetzt schon gar. Alles okay bei euch? Bestand! Wir sind feucht. Man merkt schon, dass jetzt vier Personen sind. Hast du die Kiste B-End noch ausgenommen? Ja. Das Ding hier ramschiebt, ne? Nass. Befaltet euch das nachher für die Fahrerreisen. Alles noch richtig nass und richtig rutschig. Ich hab mich für einen schönen Ausgeiler gehabt. Und jetzt. Verstehung. Verstehung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Der Motor klingt so böse, der kommt direkt vom Level-Tourer. Der Motor klingt so böse, der Motor klingt so böse. Ah, jetzt ging es. Das war die beste. Das ist alles trocken, oder? Alles trocken. Aber sobald Schatten kommen, müssen wir aufpassen. Der Motor klingt so böse, der Motor klingt so böse, der Motor klingt so böse. Der Motor klingt so böse, der Motor klingt so böse. Vielen Dank.